Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video diesmal wieder die Filme, die ich geguckt, Filme, Serien, die ich geguckt habe, Januar und Februar 2017. Vielleicht ist für den einen oder anderen was Schönes mit bei, was ihn interessiert oder wie im letzten Video, da wurde mir einiges gesagt, was ich mir doch mal angucken soll, zum Beispiel Shameless, ja, habe ich dann auch weiter geguckt, fängt ja jetzt auch gerade aktuell Staffel 6 glaube ich an, da habe ich schon zwei Folgen geguckt, auch eine schöne Serie, nur mal so am Rand, aber ich habe hier alles schön in Kategorien gemacht, ihr könnt alles unten drunter in der Videobeschreibung. Nachlesen, da werde ich euch verlinken, ich wurde auch mir darum gebeten, Amazon links zu nehmen, weil ihr da irgendwie Trailers gucken könnt, das werde ich auch machen, weil Netflix ja nicht immer jeder hat und da nicht jeder einen Trailer gucken kann, bloß das Problem ist, einige Sachen sind Netflix exklusiv, die gibt es bei Amazon nicht, die gibt es nur bei Netflix, da werde ich mal gucken, ob ich eine Seite finde, wo ihr dafür Informationen herbringt. bekommt und ob da vielleicht ein Trailer verfügbar ist oder irgendwas dergleichen. Und anfangen werde ich als erstes mit den DVDs und den Blu-rays. Sind diesmal nicht so viele, sind nur vier oder fünf. Ich habe auf DVD geguckt, Schweinskopf al dente. Ist schwer zu sagen, er ist schon lustig, ist bayerischer Humor. Die reden auch, ja, nicht tiefste bayerisch, aber man hört schon, dass es ein bayerischer Film ist. Ist schwer zu sagen, also ich glaube, das ist nicht für jeden was. Ich fand es speziell sehr lustig. Müsst ihr mal gucken. Ich mache euch auf jeden Fall die Links unten in die Videobeschreibung. Haltet mich da mal bitte auf dem laufenden, wie es euch gefällt. Aber ich kann es mir schon vorstellen, dass bayerischer Humor nicht was für jeden ist. Dann habe ich auf Bluehead geguckt. Wo habe ich es da? My All American. Das ist ein toller Film. Alter, der ist richtig genial. Ich bin überhaupt nicht so der Football-Baseball-Sport-Fan oder so. Aber der Film war gut. Da geht es um einen Football-Spieler. Und ich will auch nicht zu viel verraten. Da ist aber alles mit bei Liebe, Spaß, Dramatik, was zum Heulen ist, oh, mit bei zum Ende hin. Also der ist wirklich echt klasse gemacht. Also den kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Der ist wirklich, also war auch jetzt bei mir. Ich habe dann ein paar Bilder von mir gesehen und einen Trailer gesehen und dachte, naja, guckst du mal rin. Und dann war dann wirklich so ein, wie man es öfters mal so hat, so ein Film, wo man sagt, ja, man kann ja mal rin gucken. Und dann, wow, der ist dann doch gut. Also besser, als ich gedacht habe. Muss ich ehrlich sagen. Der ist wirklich richtig genial gemacht. Den habe ich mit meiner Freundin geguckt. Selbst die war begeistert. Die fand den auch sehr toll. Dann habe ich auch mit meiner Freundin geguckt. Ich, Daniel Blake. Ist ein schwedischer Film. Ich habe ja in dem letzten Vlog, oder ja, ist ja im Prinzip ein Vlog, was ich hier mache. Ihr sehen, dass ich öfters mal schwedische oder norwegische Filme gucke, weil ich die sehr gut finde eigentlich, überwiegend. Da gibt es auch eine richtig geile schwedische Serie. Da werde ich vielleicht später mal was dazu machen. Occupy heißt die. Aber hier, der ich, Daniel Blake, ist wirklich sehr gut gemacht. Also der ist dramatisch. Der ist lustig an einigen Stellen. Also meine Freundin und ich waren absolut begeistert von dem Film. Ich kann den wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich habe mir die Blu-ray gekauft bei Amazon. Wie gesagt, Link ist unten drin in der Videobeschreibung. Kann ich euch echt nur ans Herz legen. Dann habe ich mir die DVD geholt von Red Sniper, die Todesschützen. Das geht um eine Russin im Zweiten Weltkrieg, die eine Scharfschützen ist. Ich mag ja so Scharfschützenfilme. Wie gesagt, Shooter ist einer meiner Lieblingsfilme. Da sind auch so, ja, wie bei Pile Fiction oder bei Blutige Fahrt Gottes beim ersten Teil so immer diese Cuts. Also Gegenwart, Vergangenheit. Also der Zweite Weltkrieg ist Vergangenheit. Und Gegenwart ist, wo die in Amerika sind. Alle haben eine lange Geschichte. Müsst ihr euch den Film angucken. Und das finde ich sehr gut gelöst. Und das Zwischenmenschliche und so. Und das ist ein sehr, sehr schöner Film. Ich glaube, der basiert auch auf Tatsachen. Das weiß ich nicht hundertprozentig. Das stand da auch nicht. Ob der auch, oder ich habe es nicht gesehen, dass das stand, dieser Film basiert auf wahrer Begebenheit. Meines Erachtens nach habe ich es nicht gelesen. Aber der ist auch gut gemacht. Auch actionmäßig ist mit bei. Geht halt um Krieg. Also ist auch nicht für jeden. Was müsst ihr denn entscheiden? Ich werde euch auch dazu den Link in die Videobeschreibung posten. Haltet mich da mal auf dem Laufenden, wie ihr den Film fandet. Weil ich fand ihn eigentlich ganz okay. Also ja, also kommt jetzt nicht an Sniper ran. Also an den Original-Sniper logischerweise. Mit, 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 wie heißt er, Mark Wahlberg. Aber auch schon ein sehr schöner Film. So. Dann kommen wir zum TV. Im TV habe ich gesehen mal wieder Naruto Shibuden. Dit ist jetzt aber zu Ende. Also da kommt auf Prozimex gerade nichts Neues. Da kamen zwei neue Staffeln. Und, äh, hooo, Mensch. Und, äh, dit wart dann aber auch jetzt wieder. Und, ich weiß nicht. Also viel ist jetzt nicht mehr offen. Geht bis Staffel 20 oder so. Ich hab ja schon ein paar Filme, äh, paar Serien, äh, paar Staffeln, äh, geguckt. In Japanisch mit deutschen Untertiteln und so. Ähm, das wird noch richtig cool. Aber leider geht's da auf Prozimex jetzt leider nicht weiter. Ich hoffe ja, dass jetzt dafür, äh, One Piece jetzt in den nächsten Wochen irgendwann mal startet. Weil da haben sie ja auch gesagt, dass One Piece dieses Jahr starten soll. Nur wann, wissen sie noch nicht genau. Ähm, dann eine neue Serie, äh, Legion. Die kommt auf Sky, äh, Donnerstagabends, glaub ich. Aber auch auf Amazon könnt ihr sie gucken. Ich werd euch auch dazu die Links unten reinpacken. Äh, geht um, ja, Mutanten mit, mit, ja, psychischen Kräften mit Gedanken lesen. Und, 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 Dinge bewegen. Und, äh, richtig gerne mal. Ihr macht die Story auch total verwirrend am Anfang. Und dann, uh, also, da ist jetzt, boah, Folge 5 ist, glaub ich, draußen. Folge 5, genau. Da kommt jede Woche immer Donnerstagabends eine neue Folge. Das ist jetzt Folge 5 da. Richtig genial. Also kann ich euch echt nur empfehlen. Die ist der Burner. Kommt auf Sky, wie ihr sagt. Oder halt auf Amazon könnt ihr sie gucken. Äh, ich weiß nicht, äh, Einzelfolge, glaub ich, 2,99. Aber ich glaub, ihr könnt auch die ganze Staffel kaufen für, pff, 20 Euro oder so. Ich weiß es nicht. Ich guck's auf Sky. Dann The Walking Dead. Staffel 7 bin ich immer noch dabei, äh, am gucken. Richtig geniale Serie. Brauch ich nicht dazu sagen. Jeder Walking Dead-Fan wird mir da recht geben. Und wer noch kein Walking Dead-Fan ist, guckt da mal rein. Richtig geil. Äh, auf... Netflix sind, boah, weiß ich nicht, Staffel, bis Staffel 4 oder 5, äh, gratis zum angucken. Bei Amazon weiß ich's nicht. Ich guck's, äh, wie ihr sagt, auf Sky gerade die aktuellen Folgen. Dann habe ich noch eine neue Serie. Äh, auch auf Sky, äh, boah, wann war denn der? Dienstagabend, glaub ich. Ich weiß es jetzt gar nicht aus dem Kopf. Ähm, Stanleys Lucky Man. Ist richtig cool gemacht. Äh, Stanley, wie ist jeder, von Marvel, der halt Spider-Man und alle erschaffen hat. Und, äh, Lucky Man spielt in London. Äh, der kriegt so ein Band, was ihm halt irgendwie extrem viel Glück verschafft. Und der ist, äh, Feuer, der voll der Loser. Der ist, äh, glücksspielsüchtig und verliert immer nur. Und jetzt mit seinem Band, äh, hat er nur noch Glück. Aber das, wer viel Glück hat, muss auch was Negatives haben. Das stellt sich jetzt nach und nach raus. Ich bin jetzt bei, äh, Folge 4, glaub ich. 4. Folge 4 ist schon da, genau. Ähm, eine richtig geile Serie. Kann ich euch echt nur empfehlen. Kommt auf Sky. Ich weiß gar nicht, äh, Amazon hab ich nicht geguckt. Da werd ich auf jeden Fall mal nachgucken. Äh, das hab ich ganz vergessen, bei Amazon zu gucken, ob's das bei Amazon gibt. Dann... Staffel 6. Ach so, da habe ich hier falsch eingefügt. Wartet mal Leute, da muss ich mal hier kurz Ich habe den Lucky Man nämlich unter Walking Dead gemacht und da bei Walking Dead habe ich extra aufgeschrieben, Staffel 1 bis 6 bei Amazon für Prime-Mitglieder gratis. Also doch. So, Lucky Man weiß ich nicht. Ach so, da muss ich dann, habe ich noch den Amazon-Link. Ich habe ja schon vorbereitet. Lucky Man habe ich nämlich nachträglich noch hinzugefügt. Weil ich den Tage vergessen hatte. Legion steht doppelt drin. Wieso steht Legion doppelt drin? Keine Ahnung. Auch auslöschen. Dann gucke ich mit meiner Frau jetzt momentan Liesel Weppen. Das sind 10 Folgen insgesamt und wir sind jetzt bei Folge 8, glaube ich. Ich glaube bei Folge 8. Nee, Quatsch. Auch mit den Eulen haben wir geguckt. Das war 6, 8. Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Aber die Serie ist ein verdammt guter Reboot der alten Serie, also Filme. Die Schauspieler machen das auch richtig genial. Kann ich echt nur sagen, eine gute Wahl, weil da ist auf jeden Fall spielt der, der, den mir bekannt vor, aber ich kann den irgendwo ehrlich gesagt nirgendwo zuordnen und sagt mir jetzt so im ersten Augenblick auch nichts, aber der spielt das gut. Der ist richtig genial. Ja, also das ist wirklich eine Serie, ein Reboot, wo ich sage, vom Film in der Serie, ja. Ich habe nicht gedacht, dass sie das gut umsetzen, weil die Filme waren ja toll, das ist kultig. Und so was halt in eine Serie umsetzen, ist immer ein bisschen problematisch. Da haben die Fans meistens was zu meckern oder dann fehlen Sachen, die in den Filmen drin sind, wo man sagt, das gehört dazu, das muss da sein. Aber das Zwischenspiel von den beiden Charakteren und wie die Charaktere dargestellt werden, ist so genial gemacht. Also es ist wirklich echt toll. Also ich kann es echt nur empfehlen. Der Schwarze ist so Familienvater und alle toll und bei dem anderen ist alle scheiße gelaufen und total abgewrackt momentan, aber macht den Job, kriegt die gut. Die Knüller-Folge ist die erste Folge, wo er da in die Bank rein geht. Ich will nicht so viel spoilern, Leute, das müsst ihr euch rein drehen. Die ist so genial, der Pilotfilm ist echt. Haltet mich da bitte auch auf dem Laufenden einfach unten in die Kommentare posten. Da bin ich mal gespannt, was ihr zu dem Reboot sagt. So, das war dann auch, nee, Quatsch, dann haben wir noch eins, Magda. Magda ist zu Ende. Waren auch nur, glaube ich, zehn Folgen. Das war mal wieder eine Serie, wo RTL, wo ich sage, ja, RTL kann auch so gute Sachen machen. Nicht nur so ein Bauer sucht Frau, Schwiegertochter sucht unseren Müll. Was, wo, irgendwie, bäh. Aber, Magda war echt gut. Der Dialekt ist natürlich nicht polnisch. Also, meine Frau kann polnisch. Das ist ein russischer Dialekt, was sie da immer spricht, was sie denn als polnisch ausgibt. Aber, äh, so, wie sie die Polin spielt, ist schon toll. Und ist sehr lustig, Entschuldigung, ist sehr lustig gemacht. Und kann ich auch nur weiterempfehlen. Also, ich hoffe, die Quoten waren gut. Dass RTL bei Magda weitermacht und sich nicht so viel Zeit lässt, bis neue Folgen von Magda kommen. So, dann kommen wir jetzt zu Netflix. Ich fange bei Netflix an mit den Serien und dann arbeiten wir uns zu den Filmen vor. Serien, da habe ich geguckt. Da fehlt was. Da fehlt was. Also, Riverdale habe ich geguckt. Da bin ich jetzt bei Staffel 1. Da kommt jeden Freitag eine neue oder Donnerstag? Donnerstag oder Freitag, eine neue Folge. Das ist eine schöne Serie. Netflix exklusiv. Geht um eine kleine Stadt. Also, ein kleines Dorf, nicht? Kleine Stadt schon. Und, äh, ja, da passiert ein Verbrechen. Und dann so mit den Zwischenmenschlichen und Innern zieht hin. Also, eine Frau mit Tochter zieht hin. Und dann, ja, alles. Also, kann ich echt nur empfehlen. Ist auch eine coole Serie. Dann habe ich geguckt. Hamlop Grove. Staffel 1, 2, 3. Das geht um Wehrwölfe-Vampire-mäßig. Die erste Staffel war cool. Die zweite war etwas schleppend. Muss ich echt sagen. Die war, pfff. Aber ich habe mich dann durchgewurschtelt. Weil sonst brauche ich Staffel 3 nicht gucken. Habe mir dann Staffel 3 angeguckt. Und da wurde dann wieder ein bisschen mehr mit Action. Und, ja, ist auch zu Ende. Also, mehr als drei Staffeln wird es dann von nicht geben. Alleine schon wegen dem Ende der Staffel 3. Also, wie gesagt, Staffel 1 ist toll. Macht auch Spaß zu gucken. Staffel 2 ist sehr schleppend. Am Anfang noch gut. Und dann wird es sehr, sehr schleppend. Und Staffel 3 ist dann wieder mit ein bisschen Action und ein bisschen lustig. Also, da, ja. Also, Staffel 3 und Staffel 1 sind gut. Staffel 2 ist eher nicht so toll gelungen. Muss ich sagen. So, dann Shadowhunters habe ich geguckt. Staffel 2. Da ist auch vor, also jetzt, diesen Freitag, der jetzt war, die letzte Folge gekommen. Da kam immer Freitags die neue Folge. Sind zehn Folgen gewesen. Ja, also, wenn man die erste Staffel geguckt hat, ist es schön weiterzusehen. Aber so von der Machert her und mit den Werwölfen und Vampiren und alle. Also, ich glaube schon, dass es nicht was für jeden ist. Ist auch so ein bisschen jugendlich erhalten, die Serie. Obwohl Action mit bei ist. Ja, ist schwer zu sagen. Also, mir hat es Spaß gemacht zu gucken. Aber auch nur Spaß gemacht. Also, es gibt Serien, wo man sagt, boah, wann kommt die nächste Folge. Und da habe ich dann auch mal zwei Wochen ausgelassen. Und habe dann halt zwei Tage hintereinander, äh, zwei Folgen hintereinander geguckt. Oder drei Folgen hintereinander geguckt. Ähm, das war jetzt nicht so, dass ich da so drauf hingefiebert habe. Aber es ist schon eine gute Serie. Aber das mitfiebern ist mir da also nicht so. Ich habe es halt geguckt, weil Action war und war so an sich gut gemacht. Aber es gibt Serien, die sind natürlich weitaus besser. Äh, was habe ich da geguckt? Santa. Santa Clarita, direkt. Warte mal, da muss ich erst mal gucken, welche das war. Weil die habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Ach, das, ja, mit den Zombies. Ich habe nämlich so viel geguckt. Äh, da ist auch eine dann schon raus aus dem Kopf. Santa Clara Diät war das, genau. Habe ich mir nämlich verschrieben. Da ist Staffel 1. Da, ich habe die auch noch nicht fertig geguckt. Äh, ist mit der, mit der, mit dem, mit dem Klee Mädchen von E.T. Die, ich komme nicht auf den Namen, aber ihr wisst, wen ich meine, die auch einen anderen Film mitgespielt hat. Mir fällt aber gerade kein anderer ein. Ähm, die wird da irgendwie zum Zombie und, äh, frisst dann die Nachbarn sozusagen. Und mit der Familie läuft es aber so an sich gut und die helfen ihr dann irgendwie, ähm, ja, das ist das Zombie-Thema mal, mal was anders und mal auch auf eine lustige Schiene. Ähm, bin jetzt noch nicht dazu gekommen, weiter zu gucken, aber die ist schon gut, die Serie. Aber mir fehlt da noch ein bisschen noch so der Anreiz, da jetzt momentan auch noch weiter zu gucken. Weil ich habe fünf Folgen, sechs Folgen geguckt, fünf Folgen, glaube ich. Und dann ist mir so ein bisschen der Elan ausjangen. Und dann habe ich es abends nochmal versucht, äh, weiter zu gucken und bin ich halt bei eingepennen. Und jetzt muss ich erstmal nochmal gucken, dass ich mir die Tage dann nochmal Zeit nehme und da nochmal weiter gucke. Aber irgendwie ist dann nachher noch fünf Folgen bei mir so ein bisschen so abgeebbt. Die ersten fünf Folgen waren echt cool gemacht und drei, vier Folgen waren richtig gut gemacht. Und dann ist es dann so, der Fun, so irgendwie die Lust, das weiter zu gucken, ein bisschen abgeebbt. Aber so an sich ist es cool gemacht. So, dann habe ich auf Netflix Filme geguckt, ähm, iBoy, das hört sich wie ein Handy an, ja, ist es auch so in etwa, dem explodierten Handy, weil er angeschossen wird. Und dann bleiben so ein paar Mikrochips in seinem Hirn und die verbinden sich mit dem Hirn und der sieht dann die Mikrowellen und kann ja durch Sachen machen und so. Äh, ich habe mir davon ehrlich gesagt gar nicht so viel erhofft und war dann im Endeffekt sehr positiv überrascht, dass der doch so gut ist. Ich hoffe auch, dass da noch ein zweiter Teil von kommt, weil der war wirklich, also echt so ein Film, wo man sagt, ja, guckt man mal rin und dann, wuh, doch ein geiler Film. Ich will auch nicht so viel spoilern, falls ihr den auch gucken wollt. Ich kann euch echt nur ans Herz legen, der ist echt cool gemacht. Dann Duell der Magier, ist ein alter Film, ja, aber da hatte ich Bock drauf und ich fand den damals toll und habe ihn halt nochmal geguckt und der ist so wie damals halt gut. Ja, ist echt gut gemacht, äh, mit dem Zaubern und alle drum und dran, äh, kann ich echt nicht meckern, also wirklich ein 1A-Film. Und dann habe ich mit meiner Freundin geguckt, Terminal, weil sie den noch nicht kannte und, ähm, die mag halt Tom Hanks. Und, achso, siehst du, da habe ich jetzt auch noch, achso, den habe ich jetzt schon diesen Monat geguckt. Ähm, der ist jetzt, der kommt nächsten Monat dann mit drin, da habe ich noch mit Tom Hanks geguckt, ähm, extrem still und laut oder so, keine Ahnung. Ähm, der ist dann nächstes Mal beim nächsten Video mit bei, weil das ist jetzt nur noch Januar und Februar, bis Ende Februar. Ähm, Terminal war sie begeistert, also sie kannte den nicht, äh, fand den total toll und, äh, ich fand ihn damals schon toll und finde ihn immer noch toll. Kann man nichts anderes zu sagen, also immer wieder sehenswert. Dann haben wir geguckt, weil sie den noch nicht kannte, ähm, mit meiner Tochter zusammen, Garfield 1 und Garfield 2. Also ich und meine Tochter kannten Garfield 1 und Garfield 2 schon. Meine Freundin kannten noch nicht und die hat gefeiert. Die fand die beiden Teile lustig, den ersten Teil fand sie lustiger, aber die hat so gefeiert, die fand der total toll. Ja, also kann ich echt auch nur, müsst ihr mal gucken, Garfield 1 und Garfield 2, Garfield mit der Stimme von Thomas Gottschalk. Echt absolut kultig, absolut genial. Da kann man nichts anderes zu sagen. So, dann kommen wir zu Amazon, zu den Serien. Und zwar Vikings habe ich weiter geguckt. Vikings ist auch zu Ende. Ich warte jetzt sehensüchtig auf Staffel 5, ey, das Ende ist, Mann, und, mh, ach, aber die haben dem Papa ja recht. Auch schön Blutadler gemacht, er war richtig genial. Und, äh, ich warte jetzt auf Staffel 5, weil ich hoffe, das geht weiter, das muss weitergehen. Ich fieber da drauf hin und, ja, müssen wir dann jetzt leider wieder ein halbes, dreiviertel Jahr, Jahr warten, bis es da weitergeht. Äh, wenn ich so ja länger, weil du bekommst ja erst in Amerika und dann muss es ja wieder synchronisiert werden. Und ich weiß auch nicht, ob es diesmal wieder Amazon exklusiv wird oder zeitexklusiv für Amazon. Müssen wir abwarten, was die Zukunft bringt, aber eine absolut geniale Serie kann ich jedem nur empfehlen. Dann, wie immer noch, also wie im letzten Video, Kevin kann what, äh, Amazon exklusiv, äh, gucke ich mit meiner Freundin immer noch. Jede Woche kommt eine neue Folge, immer dienstags, habe ich mir im letzten Mal versprochen, habe ich gesagt mittwochs, nein, immer dienstags kommt eine neue Folge. Kann ich echt nur empfehlen, absolut genial, echt toll. Müsst da unbedingt mal gucken, äh, mit dem, äh, Duck von King of Queens, absolut cool gemacht, absolut. Also, ich hoffe, da kommt auch mehr als nur in eine Staffel. Äh, dann haben wir geguckt, vor, forever haben wir geguckt, genau. Forever, das war die, forever, forever, forever. War das die mit dem, der nicht sterben kann? Ich muss mal schnell nachgucken. Ich hab so ein scheiß Namensgedächtnis, Leute. Ja, das ist der, der nicht sterben kann, genau. Die Serie hat mir meine Freundin empfohlen, ich kannte die vorher nicht. Gibt's leider nur eine Staffel, haben sie leider nicht verlängert. Aber, äh, in dieser ersten Staffel wurde auch die ganze Story von Anfang bis Ende erzählt. Und, äh, auch alle zu einem runden Abschluss, relativ runden Abschluss, äh, gebracht. Ich hätt mir echt neu gewünscht, noch ein paar Staffeln davon zu sehen. Leider gibt's davon nur eine. Mit, boah, glaube 22, 23 Folgen, ich weiß es nicht. Ähm, absolut cool. Der ist hier Richtsmediziner und, äh, ist durch einen Unfall irgendwie, kann er nicht sterben. Im 18. Jahrhundert wurde er erschossen, ist über dem Boot gefallen und ist im Wasser wieder. Und jedes Mal, wenn der jetzt stirbt, verschwindet er an der Stelle, wo er stirbt und ist im Wasser und taucht da auf. Kann ich echt nur empfehlen. Ähm, absolut genial. So, dann Shameless. Ja, da hatte ich ja, äh, im letzten Video gesagt, ich hab bis Staffel 3 geguckt. Oder 4, ich wusste nicht mehr genau. So, und hab mich jetzt, äh, nach euren, äh, na, na, ja, sagen, ey, das wird nochmal richtig toll. Hab ich mich denn da nochmal ran gesetzt und weiter geguckt. Und echt wirklich, ist wirklich richtig gut weitergegangen. Auch wo man dachte, oh, er ist wieder da, oh, ja, mit Lip, das ist alles ein bisschen schade. Das, aus ihm, das jetzt, naja. Äh, 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 ich will nicht zu viel verraten. Äh, Staffel 4, 5 hab ich geguckt, komplett durch. Und Staffel 6 hat jetzt angefangen, ist jetzt, boah, glaube ich, Folge 4 oder 5 ist da. Ich weiß es nicht. Ich glaube, Folge 4. Ja, da werde ich auf jeden Fall noch dranbleiben und das weitergucken. Dann nicht nachmachen. Staffel 2 hab ich mit meiner Freundin geguckt. Wir haben ja vorigen Monat, äh, Staffel 1 geguckt. Jetzt haben wir weitergemacht mit Staffel 2. Und nochmal Staffel 1 ein paar Folgen geguckt, weil... Da kann man immer wieder gucken. Das ist einfach geil. Wiegald Boning und, äh, Hoäcker und die jagen Sachen in die Luft. Was will man mehr? Zwei echt coole, lustige Typen, die was kaputt machen, wo es knallt und bumm macht. Also, das ist, äh, kann man nicht anders sagen. Das ist toll. Äh, The Blacklist ist, äh, geht gerade weiter. Guck ich auch gerade. Momentan bei Amazon. Äh, Staffel 4, glaube ich. Staffel 4 ist das jetzt. Ja, Staffel 4. Staffel 4. Da hab ich nämlich die ersten paar Folgen verpasst und hab mir die auf Amazon gekauft und hab die auf Amazon geguckt. Und dann hab ich angefangen mit Beowulf, der Serie, bei Amazon. Also, ich hab die erste Folge geguckt. Ich hab in die zweite Folge reingeguckt. Und aufhört. Es wirkt echt so, weil es war nicht gut. Es ist, 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 das Thema Beowulf ist, ist, ist was für mich. Es ist, ich hab mir echt mehr davon erhofft, hab gedacht, das wird geil, das wird Beowulf. Mensch, der macht irgendwelche Monster kaputt und so. Aber der Anfang war total schleppend. Ich muss noch mal gucken. Ich werd mal mich zwingen, weiterzugucken irgendwann. Vielleicht wird's ja noch irgendwie Action. Aber in den ersten zwei Folgen überhaupt, ne, ein bisschen Action war drin. Aber mehr so Liebe und Familie und, 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 und Verrat. Aber alles mehr so auf, auf eine kitschige Art gemacht. Was mir jetzt persönlich überhaupt nicht gefallen hat. Also, ich hab mir bei Beowulf echt mehr erhofft. Ich hab ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr, mmh, aber leider nicht. Ein bisschen Action war drin, aber zu wenig. Ja, kann ich halt nischt, Jute zu sagen. Mal gucken, wenn ich mich weiter zwinge, vielleicht wird's ja irgendwann wo mal ein bisschen actionlastiger. Und wo das kam, auf welchen Sender und so, ich hab keine Ahnung. Ich hab die Serie ja nicht mal auf dem Schirm gehabt. Ich hab das nur zufällig bei Amazon gefunden. Da hab ich gedacht, oh, Beowulf. Weil die Filme waren geil. Also, im Gegensatz zu den meisten, die, äh, die denken, es gab nur einen Film. Nein, es gab zwei Filme. Oder so, ja, drei, weiß ich jetzt nicht. Ich muss eben auf meine Liste gucken. Ich hab nämlich, äh, noch DVDs mit den anderen, ach so, drei. Ja, wenn man den eben mit, mit, mit dem, äh, Highlander-Typen mitzählt, gibt's drei insgesamt. Äh, den neuesten, der so ein bisschen computeranimiert war, mit, mit, mit Angelina Jolie. Dann, äh, mit dem Highlander-Typen. Und dann, davor gab's noch einen Beowulf und Gwendal. Der war auch, der war gut. Der mit dem Highlander-Typen, j-j-j-ein. Aber der Beowulf und Gwendal war echt gut. Ein alter Film, aber geil. So, wir sind doch schon wieder fast bei einer halben Stunde. Leck mich am Arsch. So, dann haben wir hier geguckt bei Amazon Filme. Und zwar hab ich hier geguckt, Tor Brambo. Ah, Trambo, ja. Ah, das ist mit dem, von Melke mittendrin. Das ist, ja, ich versuch gerade in Worte zu fassen, ich will ja auch nicht spoilern. Das geht um Trambo. Der Trambo ist in Drehbuchautor in den 50er, 60er Jahren in Amerika für einzelne Kinofilmhersteller. Und dann kam ja damals in Amerika dieses Gesetz raus, man darf nicht Kommunist sein und so. Und er hat dann, er ist halt Kommunist und, ja, darum geht es halt, dass er dann ein Berufsverbot hatte und nicht mehr arbeiten durfte. Aber dann trotzdem noch einen Weg gefunden hat, zu arbeiten unter verschiedenen Decknamen. Und unter seinen Decknamen sogar Oscars bekommen hat. Ja, der hat dann viele Telefone gehabt und dann hat er dafür unter verschiedenen Decknamen, ja, und da hat er Oscars für gekriegt. Und was ich auch nicht wusste, der hat auch das, der hat auch das Drehbuch zu Spartacus gemacht. Und da war der Typ von Spartacus und dann hast du im Film aber auch die alte Szene mit dem Original Spartacus gesehen. Und da muss ich echt sagen, absolut genial, der castet, wenn du dir den Kiefer anguckst und so, wie er, alter, das ist richtig geil, da hast du echt gedacht, Mensch, der hat fast einen Zwilling. Also fast einen Zwilling, also war schon gut. Also den kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Das ist wirklich so ein Film, wo man sagt, wuff, wuff, also der ist wirklich cool gemacht. Und nach einer wahren Begebenheit ist der gemacht. So, dann habe ich geguckt, äh, Spy Daddy mit, äh, Jackie Chan. Ist lustig, ist ein Jackie Chan Film, viel Action. Hi, you kid. Alles mit bei, was man von Jackie Chan erwartet. Und ist auch gut gemacht, ne? Also ist wirklich gut gemacht. Dann habe ich mir angeguckt, äh, ja, da kann ich nichts mehr zu sagen. Ist halt ein Jackie Chan Film. Jackie Chan Filme, wer Jackie Chan Fan ist, findet sie alle gut. Er kennt keinen, der irgendeinen, der Jackie Chan mag, irgendeinen Film nicht mag. Und, äh, ju, ich habe bis jetzt einige geguckt, oder fast alle, aber, äh, ja, die sind eigentlich alle auf die Jackie Chan-Arnd gemacht. Und weder mag man es, oder hasst es. Aber der ist halt sehr lustig gemacht und spielt in Amerika. Dann habe ich geguckt, Zuländer 1 und Zuländer Nummer 2. Ähm, deswegen, weil ich hatte Zuländer 2 noch nicht geguckt. Und, äh, Zuländer 1 wusste ich nicht mehr so viel von. Deswegen habe ich gesagt, bevor du 2 guckst, guckst du erst 1 an und dann 2. Ist wieder abgedrehter Humor. Äh, total freaky. Äh, das ist... Ja, was soll man sagen? Äh, das ist Zuländer. Also, das ist wirklich, äh, das ist ein Muss. Also, das ist, äh, ich habe so gefeiert. Oh, nicht nur beim zweiten, auch beim ersten habe ich wieder genauso gefeiert wie damals. Also, absolut genial gemacht. Wirklich genial gemacht. Äh, so. Dann kommen wir zu Genius. Habe ich nämlich in dem Reihe mal aufgerufen. Genius weiß ich noch. Das war zu einem, äh, spielt in den 50er, 60er Jahren. Steht dazu was? Genius Wikipedia. Mal gucken. Das ist von 2016. Aber hier steht nicht, wann der spielt, leider. Oder doch. 37. 1937. 38 steht hier auch. Ja. Also, in den 30er Jahren. Und zwar kommt er, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, so in einer wahren Begebenheit, mit einem Buch an und alle Verleger haben gesagt, nö, machen wir nicht. Ist zu lang, ist zu bäh. Und der eine hat gesagt, da können wir was Schöne draus machen. Müssen wir aber streichen. Und dann hat er da auch gestrichen. Die haben da wirklich ewig Zeiten dran gesessen, um dieses eine Buch fertig zu machen. Weil das waren, ich weiß es nicht, 2000 Seiten, 1000, 2000 Seiten oder so. Haben so 500 Seiten runtergekürzt. Dann sollte er Urlaub machen. Also der hat ja gut dann Themen gekriegt. Das war ein Bestseller. Dann sollte er Urlaub machen. Komm aus dem Urlaub wieder. Und sagt, ich hab was Neues geschrieben. Und dann kamen so zwei, drei Packer und mit so Holzkisten und mit so einzelnen Dingern. Ja, müssen wir noch sortieren und ein Ding machen. Oh wei. Und dann kamen schon die Nächsten, sagt er, wie viel hast du geschrieben? Es kommen noch mehrere. Dann haben wir ewig geschrieben im Urlaub, wo er sich eigentlich entspannen sollte. Und die haben da ewig dran gesessen, dieses Buch fertig zu machen. Ich irgendwie die Schichte vom Fluss oder ich zum Fluss und zurück oder so. Ich weiß es nicht. Aber coole Macht. Also wirklich die Umsetzung ist echt coole Macht. Die Bücher kenne ich überhaupt nicht. Bin ich auch zu jung für. Aber so der Film war schon echt coole Macht. So, dann hab ich geguckt. Detektiv K. Also okay. Das ist ein chinesischer Film, glaub ich. Chinesischer? Ja, aber chinesischer Film. Chinesischer Film. Ja, der ist Detektiv halt. Und da gibt es auch mehrere Filme von. Zwei oder drei. Ich hab bis jetzt nur zwei geguckt. Und ich find die echt gut. Der ist so ein bisschen Sherlock Holmes mäßig. In der damaligen Zeit, wie er das aufdeckt und Schlüsse zieht und so. Aber auch lustig. Ja, und so Kampfeinlagen sind auch mit bei. Also kann ich echt empfehlen. Ist ein schöner Film. Hat mir sehr Spaß gemacht zu gucken. Ich muss auch mal suchen, ob es da nicht noch mehrere gibt. Weil ich weiß, zwei mit dem... Zwei, aber irgendwo stand auch, dass es mal mehrere gab. Dass es vier gibt oder drei, weiß ich nicht. Ich hatte da mal bei Amazon was gesehen. Da muss ich auf jeden Fall mal vergleichen, welchen ich davon geguckt habe. Also mit dem jetzt. Und dann mal gucken. Also da würde ich auf jeden Fall, wenn es davon noch mehr gibt, möchte ich davon noch mehr gucken. Weil es echt gut gemacht ist. Dann habe ich mit meiner Freundin und mit meiner Tochter geguckt. Die Winzlinge. Auch auf Amazon. Das ist für Prime-Mitglieder gratis. Echt süß gemacht. Ist, glaube ich, auch schon etwas älter, die Winzlinge. Ich weiß es nicht, von wann der ist. Mit so einem Marienchenkäfer und Ameise. Und dann kommt die rote Ameise und will den Bau kaputt machen. Und dann ist so Ameisenkrieg und so. Und ist echt süß gemacht. Also auch für jedes Alter geeignet. Meine Tochter ist zehn, also wird zehn. Und habt ihr mit ihr geguckt. Also keine Wald drin. Also ja, ein bisschen in die Wald, wenn die Ameisen da gegeneinander. Aber süß gemacht. Süß gemacht die Wald. Also könnt ihr aber ohne Probleme gucken. Dann habe ich geguckt auf Amazon. Doc is Doc. Also Doc is Doc. Das ist irgendwie Gangster, Drogen, Gewalt, Film. Mit, 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 mit. Wie heißt der Scientologe hier? Ach, Mensch, ich komme jetzt wieder nicht auf den Namen. Der auch Michael gemacht hat. Also den Film Michael. Da muss ich mal gucken. Weil das habe ich nicht im Kopf. Doc is Doc, offiziell. Nee, das ist falsch. Gibt es auch eine Benz, wie es aussieht. So Filmstars. Jetzt kann ich euch das gleich sagen. Niklas Cage ist da mit Niklas Cage ist mit bei. Nicht mit Michael. Mit Niklas Cage ist der. So. Michael war ja der andere Typ. So. Ich habe den Anfang geguckt. Halbe Stunde oder so habe ich geguckt. Und dann habe ich er ausgemacht. Das war nicht meins. Also weiß ich nicht. Also ich mag eigentlich die Niklas Cage-Filme. Aber der. War nicht meins. War nicht meins. Ich weiß nicht. Ich werde mir auch nochmal gucken. Ich werde nochmal versuchen, den zu gucken. Aber es war nicht meins. Es war absolut nicht meins. Also ich weiß nicht. Irgendwie hat da was gefehlt. Der war zu trashy, zu abgedreht. Und dann mit der Gewalt und den Drogen. Also ich weiß nicht. Es war nicht meins. Also keine Ahnung. Ich kann es schwer beschreiben. Das Feeling kam nicht rüber. Und in mir auch nicht den Filmen überhaupt noch weiter zu gucken. Und da habe ich dann ausgemacht. Halt logischerweise. Jetzt komme ich zu dem, was ich letztens vergessen habe. YouTube habe ich ja auch viel geguckt. Ich zähle hier nicht alles auf, was ich geguckt habe. Und den Kanal kann ich auch nicht oft zählen, weil habe ich nicht im Kopf. Hoppala. Weil ich gucke YouTube über die Fire TV Box hier oder im Schlafzimmer. Und da komme ich dann immer zum Einschlafen meiner Freundin durch. Da haben wir geguckt, diesen Monat, also im Januar und im Februar, haben wir Dokus geguckt über Ufos. Weltall, Schwarze Löcher, Erich von Däniken, Neu-Schwabenland, also Nazi-Ufos, Neu-Schwabenland. Da haben wir gerade eh wie Erich von Däniken geguckt. Und da kam das danach irgendwie, keine Ahnung. Da sollen die Nazis wohl irgendwie in Neu-Schwabenland, also in der Antarktis, irgendwie eine Basis haben und da sollen Ufos... Also, ja, das haben wir geguckt. Zeitgeist, Geist 1 und 2. Sehr interessant, kann ich euch echt empfehlen. Gibt mal bei Google, bei YouTube einfach mal ein. Zeitgeist, am besten Teil 1, der ist der beste. 2 geht noch. 3 haben wir angefangen und dachten, blablabla, weg. Ach, dann Dark Knight haben wir geguckt. Der Schwarze Ritter, unbekannter Satellit. Da habe ich aber nicht so viel gefunden. Da hätte es einen, soll es, soll es, äh, äh, in unbekannten schwarzen Satelliten geben und der soll schon da sein, bevor wir überhaupt im All waren. Und, äh, sehr, war sehr interessant. Dachte ich, uh, aber leider war dazu nicht so viel zu finden. Irgendwie von denen haben wir ganz, ganz, ganz viel geguckt. Mit, äh, mit, über die Cheops-Pyramide und dann, äh, verborgene Techniken und, äh, all das mögliche. Also, war sehr, sehr geil. Ähm, Ufos sind wir jetzt so weitestgehend durch, weil das meiste, was wir gucken, ähm, wiederholt sich. Wiederholt sich immer wieder oder du hast dann eine Doku und dann, äh, kennst du das am Anfang, das am Ende, das in der Mitte, das war immer was Neues. Aber irgendwann wiederholt sich auch das. Ach, dann habe ich ganz vergessen, drin zu schreiben, ähm, wo wir, Weltall und so. Wir haben auch geguckt, ähm, Geheimakten der NASA. Das kam auf, äh, N24. Wir haben es aber bei YouTube geguckt, weil, ja, Schatzi ist halt nicht immer da. Und, äh, alleine gucke ich es nicht. Und dann habe ich das dann mit ihr geguckt und dann haben wir das dann halt bei YouTube geguckt. Gibt ja immer Leute, die das hochladen. Also davon, von daher alles im grünen Bereich. Dann kommt jetzt noch, was jetzt demnächst kommt, auf was ich mich freue. Äh, da gibt es nur eins diesmal, Iron Fist. One Piece habe ich ja vorhin schon gesagt, wartet drauf. Aber Iron Fist ab 17.03. Also nächste Woche, beziehungsweise wenn ihr das Video guckt, diese Woche, kommt auf Netflix Iron Fist. Wieder eine Marvel-Verfilmung. Eine Serie, besser gesagt, nicht nur eine Verfilmung, eine Serie zu Iron Fist. Und, äh, ich weiß nicht, Punisher soll ja auch noch kommen. Ich weiß noch nicht, wann Punisher kommt. Und dann noch diese andere Serie, äh, wo alle, äh, Gem oder so heißt es, glaube ich, wo alle, äh, die jetzt bei Netflix waren, mit bei sind. So wie Justice League, so in etwa soll das werden. Ich weiß es nicht, ich warte drauf. Da wird dann Iron Fist mit bei sein, Punisher wird mit bei sein, Deadpool, äh, 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 der Devil, Mensch, Deadpool. Der Devil wird mit bei sein, Luke Cage wird mit bei sein, Jessica Jones wird mit bei sein. Da wird richtig Action sein, da wird richtig Bambule machen. Darauf freue ich mich schon extrem. Jetzt fangen wir erstmal an mit Iron Fist und, äh, den Trailer könnt ihr schon gucken. Ich werde euch das mal bei Netflix verlinken. Für die Leute, die Netflix haben, könnt ihr ja gucken. Ähm, die nicht Netflix haben, ich muss mal gucken, ob ich bei YouTube vielleicht einen Trailer finde oder so. Dann werde ich euch den unten in die Videobeschreibung hauen, dass jeder gucken kann. Ähm, ja, und das ist einer der größten. Die Gründe eigentlich, warum ich mir Netflix geholt habe. Weil ich hatte ja vorher nur Fire TV, ähm, und Fire TV und, also Amazon und Netflix, die haben ja diese Kooperation. Also ich kann ja auch über Fire TV jetzt Netflix-Serien suchen, mit der Sprachsuche und so was alles. Äh, funktioniert recht gut. Kann auch 4K-Filme gucken, 4K-Serien gucken, äh, über Fire TV von Netflix. Funktioniert richtig genial, schnell, toll, Spulen, Play, alle toll, Sound toll, Bild toll. Ähm, und der Grund war halt, die sind Netflix-Exklusiv-Serien. Das war mein Grund, warum ich Netflix geholt habe. Es hat angefangen mit Luke Cage. Vorher war ja Daredevil. Habe ich mir eigentlich, ja gut, habe ich mir schwarz im Netz angekündigt. Egal. Ja, weil ich wollte kein Netflix-Abo jetzt direkt machen. Ja, und dann habe ich gedacht, scheiße, jetzt kommen ja mal mehr geile Sachen auf Netflix. Jetzt brauchst du doch mal ein Netflix-Abo machen. Wegen Ina-Serie wollte ich es nicht unbedingt, aber jetzt dachte ich, oh, jetzt wird es Zeit. Und habe mir dann ein Netflix-Abo gemacht. Wegen Luke Cage. Da kam gerade Luke Cage raus in Ultra-HD und das wollte ich dann in Ultra-HD auch gucken. Und absolut genial, ich habe mir die am Stück drin gedreht. War so genial. Dann kam noch die Serie raus mit, ich weiß nicht, über Hip-Hop, wie Hip-Hop entstanden ist. Zehn Folgen, geht auch noch mal weiter. Kommt noch mal zehn Folgen. Habe mir Deadpool noch mal angeguckt in Ultra-HD. Alter, ist das geil. Also das war der Grund, weil Jessica Jones habe ich mir auch angeguckt. Anfang, da bin ich aber nicht so richtig warm geworden mit. Da muss ich noch mal gucken. Das war der Grund, warum ich Netflix geholt habe. Wegen den Netflix-Exklusiv-Serien oder Filmen. Wie jetzt mit King-of-Queens-Typen. Und Duck, der hier diesen Agenten-Film gemacht hat. Netflix-Exklusiv. Netflix hat ja auch gesagt, in einem der letzten Statements, die möchten halt nicht mehr so viel Geld dafür ausgeben, irgendwelche Serien und Filme zu kaufen oder zu leihen. Das muss man so angucken kann. Die möchten das Geld lieber in Eigenproduktion stecken. Und muss ich echt sagen, ich habe jetzt bei Netflix viele Eigenproduktionen von Netflix geguckt. Und ich muss sagen, Netflix, du machst das richtig. Absolut genial. Die Umsetzungen sind so geil gemacht. Egal, ob es ein Film oder eine Serie ist. Vor je Monat. Nee, vor zwei Monaten. AO. Also, die Serie. Oder jetzt, was ich jetzt gerade jetzt geguckt hatte mit meiner Freundin, was im nächsten Video mitbekommt. Echo. Auch Netflix-Exklusiv. Also, die Netflix-Exklusiv-Serien oder Filme, die sind wirklich geil gemacht. Die haben eine gute Grafik. Die haben einen guten Sound. Die haben eine gute Story. Also, ich habe bis jetzt noch nichts gehabt, was Netflix produziert hat, wo ich gesagt habe, das ist ein Scheißfilm. Das ist ein Rotz. Warum gucke ich mir so einen Scheiß an? Habe ich noch nicht gehabt. Also, Netflix hat es irgendwie filmtechnisch drauf. Oder serientechnisch. Und die haben ja auch angekündigt, dass sie mit Adam Sandler im Vertrag geschlossen haben. Dass jetzt auch Netflix-Exklusiv-Filme mit Adam Sandler kommen sollen. Er war ja schon immer, wo er Krankenwagenfahrer war. Und dann haben sie ja mit der Mafia und so, ich weiß jetzt nicht, wie der Film hieß. Mit noch einem anderen und einem Mädchen und so. Das war ja auch Netflix-Exklusiv. Ganz nie. Wie hieß denn der? Wartet mal. Ich gucke mal schnell nach, dann kann ich euch das ganz genau sagen. Äh, Adam Sandler mit Flex. Ja, mein Mikrofon runterjangen. Jetzt hat er hier eine Seite mit drin kopiert. Erste Twitter-Kino. The Dog Over. The Dog Over war das, genau. The Dog Over. Absolut cool gemacht. Und ich muss echt sagen, also Netflix macht es da echt richtig. Und dafür lohnt sich das auch, ein Netflix-Abo zu machen. Ich zahle, was zahle ich? 11,99 oder so. Monatlich. Äh, hab die Netflix-Exklusiv-Sachen logischerweise. Hab auch noch andere Sachen, was Netflix hat. Kinderfilme, Kinderserien, allgemein Filme und Serien. Gut, das Angebot. Ein bisschen größer könnte das sein. Oder das englische Zeug. Äh, äh, das, da ist dann halt nur deutscher Untertitel drunter. Die eine oder andere Marke. Also ich hätte es geil von, wenn vielleicht noch eine deutsche Tonspur drin wäre. Ja, aber da sind schon echt geniale Sachen mit bei. Und, ähm, es macht einfach Spaß zu gucken. Und dafür lohnt sich auch diese 12 Euro, umgerechnet. Weil ich hab 12 Euro, ja, weil Ultra-HD. Wenn ihr jetzt natürlich kein Ultra-HD-Fernseher habt oder ihr sagt, 4K brauche ich nicht, mir reicht Full-HD aus. Dann könnt ihr für 9,99 Euro ein Abo machen. Und habt, äh... Warte, das ist ja Billia. Nee, das ist mit 4 Accounts. Äh, müsst ihr bei Netflix gucken. Gibt doch für 7 Euro, 7,50 Euro, 7,99 Euro einen Account. Und da habt ihr aber nur im Profil. Und, äh, ich hab 4 Profile. Ja, so 4. Aber, äh, ich... Braucht die im Prinzip nicht. Weil... Gibt nur 4 Profile und 4K. Gibt leider nicht nur ein Profil und 4K. Ja, hab ich jetzt im Profil, hab ich meinem Bruder überlassen. Also praktisch, äh, hab ich dem im Profil gemacht. Und der kann dann auch Netflix gucken. Der hat bloß mit seinem Samsung-Fernseher da ein bisschen Probleme. Und ich nicht. Also, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mein Bruder hat da total die Probleme mit Netflix. Ich schweife schon wieder ab. Aber egal. Das muss ich noch kurz erzählen. Der hat total... Der hat einen Samsung-Fernseher. Und hat auch nicht mal wenig dafür ausgegeben. Nicht mal wenig. Also, der war teurer als meiner. Und, äh, für den hab ich 1,5 bezahlt. Für den... Für den Grund nicht. 1,6. 1,5. Und der hat so eher mehr bezahlt. Der hat 2, 2,5. 2,3. Ich weiß es nicht. Der hat Geld bezahlt. Und der hat auch Netflix-App drauf auf seinem Samsung-Ding. Und haut irgendwie bei ihm nicht hin. Entweder kann er mal was gucken oder kann nicht gucken. Ich weiß es nicht. Es haut bei ihm nicht hin. Ich hab bei mir getestet. Ich hab Netflix auf dem PC getestet. Es läuft. Ich hab Netflix auf der PS3 getestet. Auf der PS4. Auf der PS4 Pro. Es läuft. Und richtig gut. Ich hab's auf dem Fire TV Stick. Auf der Fire TV Box. Auf der Fire TV Box 4K. Es läuft wie ihr Schnittenbrot. Es läuft gut. Und ich hab's auf dem Fernseher. Der Fernseher hat hier eine eigene App. Ich hab jetzt die Fernbedienung nicht hier. Ich hab da unten extra eine Netflix-Taste. Ja, dann kann der hoch Netflix in 4K direkt über dem Fernseher gucken und so. Ich komm nicht da ran an die Fernbedienung. Aber ich schneide das mal. Ich mach da einen Cut. So. Ich hab mal schnell die Fernbedienung geholt. Für die, die es interessiert. Ich hab da diese Netflix-Taste. Hoppala. Fällt mir beinahe raus. Aber ich weiß ja nicht. So. Mit dem Licht ist es gerade ein bisschen doof. Mal Autofokus einmal. Vielleicht. So. Da seht ihr das. Netflix. Und da komm ich direkt zu Netflix. Funktioniert richtig genial. Also ich kann mich da echt nicht beschweren. Ich hab keine Probleme. Ja, wo ich Netflix gucken will, ich kann gucken. Also keine Ahnung. Wie gesagt, ich gucke ja eigentlich auch nur Netflix. Ich gucke Amazon Fire TV. Ich gucke YouTube. Und ich gucke Sky. Und Sky gucke ich eigentlich. Netflix kommt übrigens, ne. Bei, weiß ich nämlich, hab ich vorhin gerade erst gelesen. Äh, ne. Ne, ne, ne Serie zu Star Trek. Dieses Jahr noch raus. Ich freu mich. Ähm. Sky gucke ich halt nur, äh. Fox. Äh. 13. Straße. Sky Atlantic. Das sind eigentlich die Einzelsender, die ich gucke. Ich gucke nicht mal bei Amazon die, äh, bei, 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 bei Sky die Filme. Oder andere Sender. Ich schweige denn ARC, ARC, ARD, ZDF hab ich gar nicht mehr drauf. Ist die löscht. Auch RTL und alle, alle die löscht. Brauche ich nicht. Ja. Nur die Sky Sender. Und, läuft. Kann mich nicht beschweren. So, aber ich bin jetzt schon wieder viel zu lange am Dünnschiss labern. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen Cut. Wir sehen uns vielleicht im nächsten Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Wenn euch das Format gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen um da. Ich bin auf eure Kommentare sehr gespannt. Einfach wieder unten in die Kommentare posten. Wie hat euch das gefallen? Wie haben euch die Serien und Filme gefallen? Ist da was mit bei, was ihr auch geguckt habt, was gut ist? Oder ist da was mit bei, was ihr noch gucken wollt? Haltet mich da einfach mal auf den Laufenden. Ich bin mal gespannt, was ihr da so für einen Geschmack habt. Wenn ihr noch neue Filme oder Serien für mich habt, was ich jetzt noch gucken könnte, was vielleicht interessant wäre, auch in die Kommentare posten. Ich verabschiede mich. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Ahoi, sagt euer Odin.